Wir werden sehen, wie man einen Bananenkuchen zubereitet. Der Bananenkuchen ist eine amerikanische Spezialität. Für dieses Rezept brauchen Sie 2 oder 3 Bananen, 250 Gramm Mehl, 160 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Butter und 2 Eier. Geben Sie die Bananen in eine Schüssel und zerdrücken Sie sie mit einer Gabel. Fügen Sie die Eier hinzu, den Zucker und das Mehl. Rühren Sie gut um. Geben Sie 2 Esslöffel Milch hinein und einen Teelöffel Backpulver. Und mischen Sie alles gut durch. Danach geben Sie die geschmolzene Butter hinein. Fetten Sie die Backform. Geben Sie den Teig hinein und schieben ihn auf den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen für 20 Minuten. Nehmen Sie den gebackenen Kuchen aus der Form heraus und schneiden Sie einige Bananenscheiben zur Dekoration daraus. Für dieses Rezept brauchen Sie 2 oder 3 Bananen, 250 Gramm Mehl, 160 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Butter und 2 Eier. 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4